Er war der strahlende Held. Kevin Großkreutz hat Borussia Dortmund ins Achtelfinale der Champions League geschossen. Der Ur-Borusser erzielte im entscheidenden Gruppenspiel bei Olympique Marseille den 2 zu 1 Siegtreffer und war danach einfach nur glücklich. Ich habe das gar nicht so richtig registriert. Ich bin weggerutscht und der Ball fliegt und ich gucke, der Ball ist auf einmal im Netz. Dann bin ich einfach in die Kurve gelaufen und habe mich mit den Fans gefreut, weil die sich das auch verdient haben. Lange Zeit hatte der Vorjahresfinalist das Spiel unnötig spannend gemacht. Die Schwarz-Gelben vergaben zahlreiche Großchancen und mussten bis zum Schluss zittern. Wir haben unfassbar viel richtig gemacht und im letzten Moment relativ viel falsch zu machen. Den Ball nämlich nicht reinzuschießen, aber hochverdienter Sieg in einem tollen Fußballspiel, das aufgrund der Uhrzeit, wenn es 2-1 gefallen ist, natürlich relativ spektakulär war. Schon früh hatte Torjäger Robert Lewandowski die Gäste in Führung gebracht. Zehn Minuten später kassierte der BVB nach einem Fehler von Roman Weidenfeller den Ausgleich. Trotz eines Platzverweises für Marseille stand Dortmund durch die Führung Neapels im Parallelspiel gegen den FC Arsenal vor dem Aus. Ich wusste vorher, dass es in die Hose gehen kann. Das brauchte ich da nicht nochmal im Spiel zu denken. Wenn man so große Chancen nicht nutzt, dann ist es schon auch mal möglich, dass man am Ende um einen durchaus auch verdienten Lohn kommt. Aber ich muss auch klar sagen, da müsst ihr eigentlich auch recht ein paar Worte an Neapel richten. Es ist unfassbar. Die schlagen uns, die schlagen Arsenal zu Hause und fliegen mit 12 Punkten raus. Das ist eine verrückte Gruppe gewesen, in der man sich wirklich zerreißen musste. Der BVB zieht sogar als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. Dank Kevin Großkreutz.